recht herzlich willkommen zur 213 folge von towns er schläft da oben kommt er nicht runter könnte sein müssen wir mal schauen wie wir das hinkriegen brauchen uns gar folgt wahrscheinlich für den auch da war ja basteln wir den mal lieber dahin und hier wollen wir auch noch eine reihe das können wir da oben nix hin oder obwohl das könnte sein dass es so funktioniert wie ich das jetzt so habe okay dafür ist gar voll deswegen geht das noch nicht ist auch klar ja jetzt mal gerade so machen eigentlich wollte ich es so haben der penta halt da ist einer runtergefallen da wo der hahn war ist auch einer gesetzt worden das ist sehr gut also mal gucken wo wir da hin da war gerade was das läuft auch gut oder so sollte auch gehen so die blitzen alle dahin und her das ist alles soweit gut ja da hat es auch nicht geklappt keine ahnung was so nicht das sollte gehen der kann ja wohl weg und der kann destroyed werden weil schon zerfallen und der kann da glaube ich auch unlocken und der wahrscheinlich auch wenn wir schon dabei sind dann den auch dann gucken wir das was hinkriegen okay die werden schon hin und her getragen er läuft auch schon wieder dahin das ist sehr gut am besten hier hinten hin ne macht er macht er nicht schade da erst gesetzt okay ja wo geht der hin das ist die frage ja jetzt immer was dahin zu stellen da auf jeden fall kann man den destroyen genug da sind schon mal das passt auch gut da ist jetzt auch wieder einer hingekommen okay die drei gehen auch er läuft dahin das heißt wir können den nächsten auch schon sitzen schon mal sehr gut und er muss da unbedingt runter warum wird dieser skr voll da nicht hingesetzt bitteschön ok da kommen wir ja aber na jetzt jetzt kann er da oben runter ne ja super jetzt hat er die chance dann sich was zu essen zu holen gut hier unten die fenster werden auch nicht gemacht gut das schlecht ok das ist es falsch ich brauche das gut die sind ausgewählt da passiert was wo geht er hin ok da hinten das ist cool dann können wir gleich den nächsten machen und machen wir das und ja da müssen wir jetzt wieder hier den weg finden wo da da ist es in der hoffnung dass es klappt gut dann gehen wir unten im keller mal gucken ob da irgendwo irgendwas passiert ist aber ich glaube nicht hier klappt das mit der treppe auch nicht können nicht so tief funktioniert wohl nicht hier ist es aber hier ist er was ja ja was machen wir dann ne wir laufen auch noch bei gelang hm irgendwo baut irgendwo wer was ab achso da ok ja 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 das wird auf jeden fall gemacht da kommen die laternen da nennen na gut dann machen wir da noch ein paar hin depo hier kerzen da kerze da da so der stein destroy stone kommen wir da 1 2 3 1 2 3 kerze äh 3 1 2 destroy stone und kerze gut jetzt müssen die kerzen erst kommen ja was machen die hier ne das ist die frage wo hauen die da was weg keine ahnung ne er ist auch treppe hoch gegangen das ist die frage wann da der entscheidende hier arbeitet aber komm das bringt jetzt hier unten auch nicht so viel wie was gucken wir erstmal nach hier oben wieder wie sieht es überhaupt mit essen aus ok brote liegen da genug rum können wir auch genug haben denke ich mal 12 sind da Äpfel Beeren alles ist gut so und hier können wir da ein bisschen was machen wahrscheinlich ok der ist jetzt da drin das auswählen ja ja jetzt müssen wir mal gucken dass wir nur diese eine Reihe da irgendwie kriegen da geht's wunderbar und und das funktioniert nicht noch ein neues was geht das geht auch das das falsche ok die frage der war schon ok dann lassen wir das so er geht hoch und geht nach rechts das heißt er setzt ihn da hin dann würde ich sagen kann man den nächsten ja auch schon sitzen weil das muss ja definitiv auch funktionieren ok und wenn es gar falls wohl mal die shift dass du grad nicht gedrückt na so guck mal an ach guck mal die zerfallen jetzt hier schon alle schade na das ist schade ja der war ja nur zum längenst da so so wird wieder gebaut ne die shift-taste ausgemacht so passt und hier müssen wir mal gucken da ist eine stelle und da ok hier müssen wir irgendwo ein Scarfort hin damit wir das weiter bauen können nicht ausgewählt oder wie ist es müssen wir mal gucken wie wir mitfällig werden ne geht grad nicht gut jetzt soll ich gucken die haben da unten ein paar Scarforts hingestellt da ist schon wieder einer kaputt gegangen das ist es nicht ja ist die frage wo müssen die hin machen wir mal so und hoffen dass es klappt das geht auch nicht das kriegen wir hier gerade gerade gebändigt ne so das haben wir der kann auch weg oh der kann auch weg da müssen wir gerade einen neuen hinbauen ja der kann den jetzt nicht da hoch bringen weil wir kein Ding ins Treppe haben beziehungsweise da ist kein Dingster Wumster hier ne da wird der Scarfort gebaut aber woanders hingemisch setzt destroy und destroy da auch da kommt ein Händler können wir weiter laufen lassen erst ja die neue stelle ist jetzt hier fertig jetzt ich frage wenn der da hinten gesetzt wird das haben wir auch ausgewählt ja da kommt ein Scarfort das ist wohl dann der richtige jetzt können wir auch runter laufen genau passt ok so hier muss irgendwo ein Scarfort noch hin sonst könnt ihr ja nicht hoch das bauen keine Ahnung wo aber ich setz mal zwei hin ne gut aber ich würde mal sagen für die Folge soll es auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 tschüss